Ich mache jetzt diesen Batman-Move immer. Einfach Rauchgranate und weg. Und das hier ist eigentlich ein Batarang. Ich muss so ein Thumbnail machen und dann muss man als Call-of-Duty-YouTuber auch so gucken. Und dann wird es auf jeden Fall ein geiles Video. Damit gehe ich steil, Alter. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf dem kompletten Planeten, der in normalen COD-Matches überhaupt Rauch dabei hat. Es tut so gut. Es macht so einen Spaß. Tschüss. Und rum. Gott, ich liebe das Ding. Es ist so gut. Es war ein Double-Kill. Aber ich sage es euch, der Batman-Move ist einfach eine Legende. Ihr müsst das auch selber ausprobieren. Das ist wirklich genial. Pass auf. Siehst du? Oh, der hat den Perk. Dann muss man noch selber einschießen. Das ist klar. Und nicht nur, dass es funktioniert. Es macht auch Spaß. Also kann ich sehr empfehlen. Und den Kanal müsst ihr alle abonnieren. Abonniert den Kanal für Batman 2er KD. Eine Minute im Objective. Junge, 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 Alter. Das ist das beste Loadout ever. Gibt es aber nur für Kanal-Mitglieder. Nein, Spaß. Sie hat mich gar nicht gesehen. Einfach in ihm vorbeigeheatet. Ich mache jetzt diesen Batman-Move immer. Einfach Rauchgranate und weg. Das hat Style. Ich bin Batman. Ich finde ihn geil, den Move. Guck mal, wenn ich gar nicht zum Objective gehe, sondern das Gegneteam einfach komplett ruinier, gewinnen wir auch. Das ist doch ein guter Trick. Versuch das jetzt mal. Batman macht kein Objective. Batman verhaut böse Leute. Und die haben alle hier böse Sprüche über eure Mütter gebracht. Deswegen kriegen die jetzt mit der Faust. Und mit Rauch. Und mit Jägermeister. Und das hier ist eigentlich ein Batarang. Tschüss. Elfrid, störe Ihre Signale. Ich glaube, ich tue mir mit dem Rauch keinen Gefallen gegen Controller-Spieler tatsächlich. Mann, man kann es nicht genießen. Ich habe extra gewartet, extra mit der Drohne das Auto zur Explosion gemacht. Dann kommt der Nächste um die Ecke gehoppelt, Alter. Das tut so gut. Das macht so einen Spaß. Batman killt durch den Rauch. Nein! Aber Batman kann halt auch fliegen. Der reilt ja gar nichts hier. Ich nehme halt direkt neben ihm die Flagge ein. Läuft bei ihm. Tschüss. 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 So gehört sich das. Der kommt ja immer hierher. Mal da so eine Bombe hinpacken. Toll. Schön geblendet in die... Weißt du? Dann... Sie müssen alles kombinieren, um mich zu stoppen. Aber ihr könnt Batman nicht stoppen. Ja gut, dann verabschiede ich mich von dem Gedanken, dass wir die Runde gewinnen und fuck einfach nur den Dude hier ab, der hier so rum sweated. Und trotzdem versucht er weiter, das Objective zu spielen, weil er ein Idiot ist. Also ich jetzt. Schade. Ich dachte, er läuft hin und guckt, was im Rauch ist. Oder auch. Leute. Der hat so Bock. Der Typ hat so Bock. Der hat halt so Bock. Der Typ. Guck dir an, wie viel Bock der hat. Der hat so einen massiven Bock. Der Typ. Ich kann nicht fast, wie viel Bock der hat. Der hat das ganze Match immer nicht einmal gelacht, wahrscheinlich. Immer vielleicht lacht er auch die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn ja nichts. Das ist auch irgendwie scheißegal. Wenn er Spaß hat, super. Aber ich finde es halt einfach richtig witzig. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, die so spielen, in die Streams kommen, weil sie denken, cool, COD. Und da hören sie den Opa ranten über die ganzen Schwitzer und gehen gleich wieder raus. Und bumm. Gott, ich liebe das Ding. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich will es. Schieß. Man muss in COD schießen. Das Game ist zum Schießen gemacht. Achtung, da schieße ich den nächsten. Okay, der bleibt einfach da stehen, weil er genau wusste, die geht nicht rein. Jetzt kommt Batman. Der hat aber ganz schön viel ausgehalten, Alter. Ich glaube, es war Bane. Mach doch mal die Türen zu, Leute. Nein, falsche Richtung. Alter, das ist das zweite Mal, dass mir diese Scheiße passiert. Alter, er rutscht halt komplett in meine Eier rein. Ja, Digga, du musst halt das ganze Gegnerteam töten. So sehr gewünscht, dass er da einfach reinlinzt. Genau, genau so. So habe ich mir das vorgestellt. Danke. Dankeschön. Das war nur leider nicht der Richtige. Ah, natürlich sitzt einer am Fenster und macht nichts außer Gammel. Aufgesetzte Waffe auch noch oder was? Nee. Aber das ist kein Problem, da habe ich was für ihn. Das schicke ich ihm kurz per Amazon-Drohne rüber. Hier ist der Fünf von Tausend die Lobby auf jeden Fall. Da kann man echt nichts sagen. Wie können die das Objective besser spielen als wir, wenn die nur Moos ansehen? Ich finde, ist egal. Achtung. So geil, wenn das funktioniert, Alter. Der nächste, direkt hinterher. Das ist der beste Move ever. Digga, Rauch und diese Bombe, das ist einfach die beste Kombi im Game. Ich sage es euch. Das ist doch schon wieder so ein verbrannter Server hier. Die frisst er. Ich wusste es, Digga. Oh, man hat es genau gesehen, dass der die fressen wird. Ich könnte es den ganzen Tag machen, Alter. Das ist so gut. Ich habe den erwischt, oder? Alter, lol. Die Drohne ist so geil. Und Last Kill, geil. Die war stabil, die Runde. Die hat Spaß gemacht. Tschüss. Das war ein Double Key. Oh, das ist so geil, Alter. Alter. Fast auch dritten geholt, wenn er den Perk nicht gehabt hätte. Direkt hier das Scheißding, Alter. Ich glaube, hier hängt das gar nicht mal so geil. Wow. Okay, Dude, Alter. Komm, mach 14 an mir vorbeigeschreddert. Ach, das war der gar nicht. Digga, ich habe schon gedacht, wie hat er mich bitte so insane schnell gekillt? Du musst in Call of Duty den Cheese umarmen. Du darfst ihn nicht triggern lassen von dem ganzen Scheiß. Du musst den Cheese umarmen. Das ist einfach wirklich... Du musst einfach einsehen, dass dieses Spiel einfach der komplette Witz ist. Und du musst einfach den Witz nehmen und selber drüber lachen. Das ist der ganze Trick. Wie man COD genießen kann. Benutzt die absolut asozialsten Gadgets und Waffen, Alter. Es ist scheißegal. Es ist ein Casual Game. Hier wird jetzt ab sofort einfach alles benutzt, was irgendwie nervt. Und die Drohne ganz voran, Alter. Allein wie die so losfliegt, ist schon geil. Dropshot-Hure. Ich bin eine Dropshot-Hure. Und dead. Die kriegen es auch dreckig vom Boden aus. Das sind die Dropshots reinvented. Das sind die mit der Drohne jetzt, die Dropshots. Er hat sie doch gefressen. Das ist so gut. Das ist so gut einfach. Oh, Rust. Geil. Oh, wir haben ein Geschenk, der Spawn. Get rekt. Yes, gewonnen. Nice. Du und die Drohne sind beste Freunde? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Der Hopps hat feiert. Der Hopps hat feiert. So geht Bunny Hopping aber nicht, ey. Hast wohl ein paar Fehler gemacht. Hätte ich lieb es, wenn das funktioniert. Das ist so geil. Aber jetzt connecten die Shots wenigstens wieder. Hätte ich mal ein Renetti-Kill. Das ist der schönste Moment, den ich in diesem Spiel haben kann. Ohne Scheiß. Er pusht einfach um die Ecke, weil er sagt, den kriege ich. Und dann einfach Bumm. Werd auch nie verstehen, warum du für diesen absolut riskanten Scheißjob die Flagge einzunehmen einfach absolut keine Punkte kriegst. Ein netter Dolphin-Dive hat dir noch nichts genützt. Ich wusste, dass er Dropshotted. Alter, das war so klar. Ich glaube, ich stehe in der in Spawn oder so. Bin mir nicht sicher.